Ja, da ist er, auf in die große Peter Schmiedinger Show 2.0, jetzt gleich mit einer Doppelstunde und für alle, ich meine es kann es kaum sein, aber es gibt tatsächlich vielleicht jemanden unter Ihnen, der Peter Schmiedinger noch nicht kennt und deswegen habe ich einen Film vorbereitet. Schauen Sie genau hin und Sie wissen sofort, was in der Stunde Sache ist. Film ab. Film ab. Ja und hier ist er auch. Ach, ich freue mich sehr, freuen sich auf die zwei Stunden, hier ist unser Prinz Charming, hier ist Peter Schmiedinger. Peterle. Ich freue mich, zwei Stunden. Absolut eine Doppelstunde und ich darf natürlich auch erstmal Sie ganz herzlich begrüßen zu einer Doppelstunde. Ich hoffe, Sie hatten schon ein tolles Mittagessen, denn jetzt geht es um Beauty und ich hoffe, Sie bleiben mit dabei. Spannende Themen, alles um Beauty, um schönes, gesundes Aussehen. Auf zwei schöne Stunden. Ich freue mich und die erste Stunde. Ja. Ja. Ich freue mich. Peter. Ich freue mich. 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 Wir haben das ausführlich. Wir haben das ausführlich von einem schwarzen Diamanten. Ich erkläre das ausführlich. Von einer Perlaura und von colloidalem Gold. Diese drei Linien werden normalerweise auf dem Kosmetikmarkt einzeln dargestellt. Wir haben es zusammen. Die Wirkstoffe potenzieren sich. Wenn Frauen und Herren sagen, ich habe meine Augencreme, dann probieren Sie vielleicht Black Diamond aus dem Grund. Wir haben Sühnei noch mit reingepackt. Das ist ein Wirkstoff. Was Sie jetzt gerade eingeblendet sehen, in einer Animation ist eine Frau. Sie sehen Absätze im Augenbereich. Sie sehen ein Schlupflid. Sie sehen ein bisschen diese Müdigkeit. Diese dunklen Augenränder. Und natürlich auch Fältchen. Aber genau deshalb gibt es ja Wirkstoffkosmetik. Und jetzt werden Sie was sehen. Und das finde ich phänomenal. Diese Ergebnisse, 82,05 Prozent, ist gegen die Augenringe. Das ist der Syn-Eye-Komplex, der genau die dunklen Augenränder sprengt. Das bedeutet, diese dunklen Schlackenstoffe, die Schwellungen werden abgetragen. Und was für mich als Make-up-Artist natürlich ganz, ganz wichtig ist, ich will sauber im Bereich arbeiten, Augenfältchen. Okay. Die Mimik soll bleiben. Sie sehen, 70-fach verbessern wir mit den drei Wirkstoffkomponenten. schwarzer Diamant, Perlaura plus Kohleidealen Gold. Schaffen wir diese Reduktion. Und was immer wieder aufgetaucht ist in meiner bezaubernden Fangruppe auf Facebook. Peter, was bedeutet Hautrauhigkeit? Sie sehen hier einen Wert von 25 Prozent Verbesserung. Das bedeutet immer, eine Oberfläche, wenn sie jung ist, wenn sie gepflegt ist, ist ebenmäßig. Diese oberste Hautschicht nennt man Korneozyten. Die Keratinozyten bilden die Korneozyten. Jetzt, wenn die Oberfläche unregelmäßig ist, passiert Folgendes. Die Haut verliert ein bisschen an dieser Geschmeidigkeit. Und das will ich Ihnen durch Black Diamond, durch die komplette Linie, zurückschenken. Also wir schaffen eines, ganz simpel. Ausgleich im Augenbereich, Reduktion der Fältchen, Reduktion der Schwellungen. Und vor allem ein großes Benefit, sage ich mal, ist diese dunklen Augenringe, die wir minimieren. Also man sieht auch hier fünf Funktionen in einer. Aber du brauchst all das, um natürlich eine schöne, ebenmäßige Erscheinung zu haben. Um diesen Wacheffekt auch zu haben. Und ganz wichtig, für 24,99, Sie kriegen 30 ml. Doppelt die Menge. Doppelt so viel wie normalerweise. Dann möchte ich ganz kurz auch noch mal. Genau 1400 Kundinnen dürfen wir jetzt noch ansprechen, Peter. Es geht um die Reinigung, ja. Und die Reinigung ist ein ganz essenzielles, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Der Favorit vieler großer Topmodels. Leute, die mit ihrem Aussehen Geld verdienen, Peter. Und mit denen arbeitest du ja auch viel. Setzen auf eine gute Reinigung. Und das Gesicht reinigen bedeutet aber für ganz, ganz viele auch Stress. Das merkst du. Auf einmal hast du Rötungen. Auf einmal spannt die Haut nach der Reinigung, ja. Ich sage mal ganz kurz, was Sie hier sehen, was mein Streben war, wo ich ja täglich im Gesicht bin. Und ich höre es immer wieder, Peter, ich vertrage das nicht, ich vertrage jenes nicht, ich habe das ausprobiert. Der erste Schritt, der für Sie ganz, ganz wichtig ist, und vertrauen Sie mir, ist eine Reinigung. Was habe ich versucht, erstmal mit meinen Dermatologen, das war ein Kampf, weil was Sie hier sehen, ist ein Reinigungsschaum, der im herkömmlichen Sinne natürlich reinigt. Aber jetzt wollte ich durch meine lange Berufserfahrung etwas schaffen, was normalerweise unmöglich ist. Black Diamond, dieser dreifach potenzierte Wirkstoff, und den haben Sie in der Reinigung drin. Und Sie hören richtig, der gleiche Wirkstoffkomplex ist in der Reinigung drin. Und warum war mir das so wichtig? Und ich sage das ganz bewusst. Wenn Sie morgens, mittags, abends, wann Sie Zeit und Lust haben, reinigen, ist der größte Fehler, dass wir alle den Säureschutzmantel unserer Haut verletzen. Und warum ist die Haut sensibilisiert? Wenn ich alles abnehme, steht die Haut nackt da. Und ich sage nochmal, was mich so flasht an dem Black Diamond Reinigungsschaum ist, wir haben die Dreierkombination drinnen. Der erste Schritt ist erstmal, wir verletzen nichts. Und Sie sehen es nur immer, Arina hat es aufgetragen und das bleibt ein Schaum. Also was mag ich noch als i-Tüpfelchen draufbringen? Ich erkläre das, wir sind ja noch in der Vorschau. Der schwarze Diamant ist das mildeste Peeling. In der Reinigung, der Schaum löst die Korneozyten, macht ebenmäßig. Mildestes Peeling für super sensible Haut. Was ist noch drinnen? Die Perlaura. Die Perlaura sorgt bei der Reinigung, dass die Hautausstrahlung um 42% zunimmt. Bei der Reinigung. Was wollen wir noch? Antibakteriell zu arbeiten in der Reinigung. Kolloidales Gold. Wir sind in der Vorschau. Gold ist antibakteriell. Und jetzt verstehen Sie mich, warum das mein Herz da drinnen steckt. Weil die Reinigung ist der wichtigste Schritt der Vorbereiter für ein gesundes Hautbild. Die absolute Basis und so wie die Haare im nassen Zustand sehr empfindlich sind, so ist die Haut im nassen Zustand während der Reinigung sehr, sehr empfindlich. Und genau da geben Sie der Haut diese wirkbaren oder kostbaren Wirkstoffe. Ich glaube, das sind so die letzten Atemzüge, die wir jetzt natürlich auch mit deiner Body Cream machen. Shape and firm. Das heißt, passen Sie auf, es geht um Ihre Silhouette. Es geht um das Modellieren. Es geht um das Straffen. Und das ist das Ergebnis. Und man muss eins sagen, du hast nur eine Body Lotion auf dem Markt. Weil du sagst, wenn, dann muss es perfekt sein. Und wer mich kennt, der schätzt es an mir. Ich bringe nur was, wenn ich das Vertrauen und wirklich auch weiß, wovon ich spreche. Sie sehen hier in der Animation einen Po. Das ist ein Po. Und zwar unbehandelt und behandelt. Und das große Thema ist doch ein straffer Shape and Firming Body Cream. Also ein gestraftes Hautrelief. Und ich sag ganz bewusst, und das darf ich als Mann also sagen, weil ich habe mich selber mit meinen Ärzten in Verbindung gesetzt und habe gesagt, was ist denn eigentlich eine Zellulite? Wodurch entsteht das? Sie sehen hier die hochwertigsten Wirkstoffe. Insbesondere darf ich Ihnen nachher noch einen Wirkstoff erklären. Dem Body 3 Komplex. Wir haben hochwertige Linolsäure drin. Wir haben Öle drin im hochwertigsten Essenzen. Das alles schafft vor allem eines. Dass wir nicht nur einen straffen Körper haben, sondern jetzt lesen Sie es. Wir schaffen gegen die Zellulite zu arbeiten um 38 Prozent. Wir schaffen eine Lipolyse. Und das musste ich mir auch erst mal erklären lassen, wie sowas funktioniert. Ich bin ja kein Arzt. Was mir ganz, ganz wichtig war, mal zu verstehen, warum ist eine Zellulite und wodurch entsteht die? Weil ich kann nur von etwas sprechen und schwärmen, wenn ich das Ergebnis weiß und sehe. Und dann wollte ich wissen, warum haben das Frauen nur? In der Shape and Firming Body Cream schaffen wir eines. Und zwar, ich darf Ihnen das kurz erklären. Es gibt Adipozyten. Das sind Zellen, Fettzellen, die sich an unterschiedlichen Stellen füllen. So, jetzt füllt sich die mehr, die weniger. Und von außen sieht man diese Dullen, sage ich mal. Und Sie haben es gesehen, was mich so flasht, ist die Lipolyse. Also der Fett, wie so ein Sprengen, sage ich mal, dieser Zellen passiert. Das wird entlümpft, entschlackt das Gewebe. Und wir haben super straffen Po, arme Beine. Und ich habe mittlerweile ja ganz, ganz viele Männer, die sagen, Peter, ich finde die Creme bezaubernd und verzaubernd. Sehr gut. Und wir zeigen es noch mal ganz kurz. Sie sehen die Behandlungsschritte. Eine Adipositas, also diese Zellulite, braucht eine Zeit von, Sie sehen es hier, 56 Tagen. Das ist ein Gewebe, das wir wirklich behandeln müssen. Und Sie kennen das vielleicht aus der Dermatologie, aus Zeitschriften, diese Fettwegspritze. Wo wir nämlich genau in die Adipozyten gehen und diese auflösen. Probieren Sie bitte erst mal diese Shape and Firming Body Cream. Ja. Berichten Sie mir bitte mal, wie sich Ihr Körper verändert hat. Wie Ihr Körper straffer wird. Wie die Dellen und Unebenheiten sich um 38% verbessern. Wie die Hautrauhigkeit, die Geschmeidigkeit um 19% weicher wird. Und vor allem, ich sage immer, geholfen ist einer Frau, einem Mann nur dann, wenn wir die Lipolyse anregen. Also die Fettabtransport, den sollen wir anregen. Und Sie haben die Zahlen gesehen, um 256%. Und das finde ich ein superschönes Ergebnis. Und es waren, April war die Cremes das erste Mal auf dem Markt. Wir haben das erste Mal zeigen dürfen. Und da war sie schon ausverkauft. Du sagst es. Und wir haben es gestern einmal gezeigt und wir hatten Tausende. Also. Und wir bewegen uns jetzt schon wieder. Auf deiner Facebook-Gruppe wird es ja wie Gold gehandelt. Ja. Ich habe die Bodycreme noch ergattert. Ganz wichtig für Sie. Für 29,99 kriegen Sie 400 ml. Ich brauche eigentlich Trommelwirbel. Schade, dass ich keinen Trommelwirbel habe. Ich bräuchte einen Tusch. Ich bräuchte eine Bühne extra. Denn jetzt kommt wirklich unser Highlight. Du bist seit gestern mit dabei, Peter. Seit gestern stehen unsere Leitungen einfach nicht mehr still. Und das ist unser Bestseller, was ich in meiner Hand habe. Wir haben die letzten 1.500. Und für alle, die vielleicht noch nicht mit dabei waren. Was verbirgt sich hier drin? Es ist eine super Geschenkidee. Jeder Visagist, der damit arbeitet, das ist ein Statussymbol. Die sind prestigeträchtig. Und ich möchte Ihnen gerne zeigen. Es ist das Novum in Sachen Pinsel. Dein Werkzeug auch, Peter. Und du hast uns in diesem Set wirklich auch genau die 3 Pinselgrößen gepackt, von denen du sagst, das ist das, was jeden Tag wirklich in den Einsatz kommen muss. Denn Pinsel 2017 verändern sich. Hier geht es nicht mehr. Früher war ja so ein Naturhaarpinsel, so ein Nonplusultra. Du hast es nicht mehr. Aber mittlerweile hast du das Ganze aber umgesetzt. Wenn man hier drüber fühlt, es fühlt sich an wie Samt. Ganz, ganz satt. Und wenn Sie mal hingucken, so viele zigtausend kleine Härchen. Aber was ist denn das für ein Material, Peter? Das ist der Zauber, sage ich mal. Und das freut mich so. Gestern haben wir es präsentieren dürfen. Dass es so einen wahnsinnigen Anklang bei Ihnen auch findet. Und ich mache mir natürlich Gedanken. Was will denn die Frau heutzutage? Die will auf keinen Fall geschminkt aussehen. Jetzt mit einem Pinsel ist es immer so, man muss eines verstehen. Ein Echthaar nimmt ja immer Lipide. Lipide sind Fette. Ist die Creme. Nimmt ein Echthaarpinsel auf. Jetzt wollte ich für Sie wieder ein neues Verfahren kreieren, wo die Haut, wenn ich Fotoshootings mache, Nahaufnahmen im Gesicht produzieren mit Models, wen auch immer, dann brauche ich normalerweise einen Schwamm, um die Foundation, was auch immer, ein Concealer sauber einzuarbeiten. Und jetzt sage ich Ihnen, was ich will Ihnen sparen helfen und auch mir. Die Produkte kosten ja was. Der Schwamm nimmt 70 % auf, das sackt im Schwamm und 30 % nur in die Haut. Ich habe hier einen Pinsel für Sie kreiert, drei Stück. Und zwar, die mir flexibel bleiben, die eine Taclon Nylonfaser haben. Und Sie sehen es, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, was passiert. Das Produkt ist an der Oberfläche. Vielen Dank für die schöne Einstellung, dann sieht es nämlich jeder nochmal. Das Produkt bleibt an der Oberfläche. Und wenn ich dann an die Haut gehe und das Produkt sei es ein Puder, sei es ein Make-up. Und Sie sehen, wie flexibel. Das ist ein Traum, um Frauen ein Hautbild zu erschaffen, das unsichtbar ist in Sachen Puder, das unsichtbar ist in Sachen Make-up, das unsichtbar ist in Sachen Concealer, das unsichtbar ist, um Linien und Fältchen zu verschwinden zu lassen. Und was mir immer wichtig ist, dass Sie nah an die Haut rangehen können. Und mit diesen Pinseln spare ich Material, fixiere Material und wir gehen einen Schritt weiter. Ich habe das in der vorigen Stunde auch gezeigt. Nehmen Sie diese Pinsel bitte auch mal für Ihre Pflege. Und ich komme aus der Kosmetik. Es gibt in der Kosmetik auch gerne. Ich nehme mir nur einmal ganz kurz das Serum. Und jetzt zeige ich Ihnen etwas, was ich jetzt zum Beispiel bei der Sarah mache. Und zwar, ich nehme jetzt einmal den mittleren Pinsel, nehme das Serum auf und gehe bei der Sarah jetzt wie in einer Kosmetikbehandlung in einer Bürstentechnik. Sarah, du darfst durchschauen. Super, einmal danke dir. Und ich bürste ihr quasi die Wirkstoffe durch eine Mikrozellulation in die Haut. Mikronisierte und das sage ich noch einmal ganz kurz, Sie merken, ich aktiviere sofort die Haut. Die Zelle öffnet sich. Die Zelle nimmt die Sauerstoffpartikel auf. Und ich sage immer, Sie kennen das. Du darfst mal zu mir zurück, Sarah. Danke. Ich nehme quasi wie durch eine Kosmetikbehandlung, wo wir zur Kosmetikerin gehen und massieren, habe ich die Möglichkeit mit einem Bürsterl die Haut zu aktivieren. Und Sie sehen es noch einmal, ich gehe da richtig mit Druck ran. Und jetzt stellen Sie es Ihnen mal vor, Puder, Make-up ist nicht mehr sichtbar. Und das ist doch der Wunsch einer jeden Frau. Ich will nicht, dass ein Produkt an der Oberfläche steht und dass man von der Seite in den Rand sieht, sondern Sie arbeiten das richtig schön ein. Und Sie sehen es auch in den drei Größen. Und Peter, wir werden dir später auch deine dekorative Kosmetik zeigen. Da ist zum Beispiel ein Puder dabei. Das Wichtige ist wirklich, Sie kriegen so mittlerweile Profi-Produkte nach Hause. Auch zum Beispiel dein Strahlkraft-Booster und Co. Aber es geht wirklich darum, dass Sie die Produkte einfach auch wie ein Profi einarbeiten. Und das Schöne ist, Sie gleiten damit um den Finger. Ich zeige Ihnen ganz kurz nochmal alle drei Varianten, die wir haben. Wir haben den Concealer-Pinsel. Wir haben einen Rouge-Pinsel für Sie dabei. Und wir haben einen Make-up-Pinsel. Mit dem Concealer-Pinsel können Sie natürlich auch Lidschatten und Co. auftragen. Aber es sind so die drei Größen, bei denen du gesagt hast, Peter, das reicht. Damit ist eine Frau gut ausgerüstet. Aber dann natürlich auch die Frage, weil wir jetzt auch keine Echthaar-Qualität haben. Du setzt ja wirklich auf diese Tatlon-Fasern. Wie reinigt man die? Wie pflegt man? Oder was muss man beachten? Und ich sage nochmal, antibakteriell ist für mich als Make-up-Artist, der täglich im Gesicht ist, ganz, ganz wichtig. Diese Echthaar halte ich persönlich nichts mehr davon. Bei einem Echthaar, das kennen Sie am Kopf, das bricht und ist natürlich, wenn ich die richtige Pflege und Reinigung nicht habe, Arena spricht es gerade an, dann geht der kaputt, ganz simpel, wie da oben auch. Eine Taclon-Nylon-Faser ist im 21. Jahrhundert für mich das genialste in Sachen Pinsel. Und wissen Sie, wie Sie das reinigen? Mit einem Spüli, mit einer ganz simplen Kernseife. Warum? Weil dieses Haar bleibt Ihnen nach Jahren so, wie Sie es jetzt sehen und kaufen und bestellen. Weil die Taclon-Nylon-Faser, und ich sage immer, wer vorher immer mit Schwämmchen gearbeitet hat, und Sie sehen, Sie sind ganz nah dran, ich gehe mit Druck mit meinen Fingern ran, der Pinsel schwingt zurück. Und warum zeige ich Ihnen das so ausführlich? Weil wir das Material sparen. Vor allen Dingen, Peter, ganz ehrlich, auch gerade die sehr empfindliche Haut, ja, das merken Sie auch. Das macht einen riesen Unterschied. Um die Augen herum, ganz, ganz empfindliche Partie. Und das Tolle ist wirklich, Sie sehen es auch unter 1.300 Möglichkeiten, 34,99. Das willst du gerne noch zeigen, Peter? Ich wollte es nur ganz kurz schnell zeigen. Denken Sie bitte am kreativ, multifunktional. Wenn Sie eine Pflege haben und Sie sagen, ich will mir echt mal mit der Pflege etwas Gutes tun, arbeiten Sie mit dem Pinsel in die Haut ein. Und Sie sehen es ja selber, sofort kriegt die Haut eine Mikrozirkulation. Und jetzt schauen Sie uns mal den Handrücken an und den. Und das ist für mich immer, wenn ich ein Model vorbereite für ein Shooting, arbeite ich zuerst mit dem Pinsel. Sehr gut. Und das Schöne, du kennst es, danach schmierst du die ganze Hände mit ein. Wir können Sie über den Hals, über den Dekolleté fahren, Masken auftragen. Also wirklich, gönnen Sie sich das. Das ist auch in so einer schönen Geschenkverpackung für 34,99 Euro. Die Zeit rast uns davon. Wir sind in der Vorschau, ja. Jetzt habe ich mich auf die Doppelstunde gefreut. Aber jetzt müssen wir loslegen. Passen Sie auf, es ist Wochenende. Und hier kommt Ihr Geschenk zum Wochenende. Hier kommt unser Wochenendspezial. Wir, Achtung, gleich mal auf unsere Homepage geschaut. 24,99 Euro. In der gesamten Black-Diamond-Linie haben wir unser Perfection Serum noch nie so günstig gehabt. Wir gehen auf unsere Homepage und da sehen Sie es. Im April hast du gelauncht. Wir haben binnen kürzester Zeit 42 Fünf-Sterne-Bewertungen. Schau mal, eine Bewertung ist noch dazugekommen seit der 10-Uhr-Stunde. Sehr gut. Und man muss eins sagen. Du hast es gerade natürlich auch bei den anderen Produkten schon gesagt. Die Black-Diamond. Du hast über zwei Jahre an dieser Linie gearbeitet. Richtige, Adina. Dir war es nicht genug, dass du sagst, die Kundin darf aussuchen einmal die Diamant-Linie, dann die Perlen-Linie, die Gold-Linie. Sondern wir haben alle wenig Zeit. Es muss morgens schnell gehen. Und dann wollen Sie zum richtigen Produkt greifen. Und dann ist es das Serum. Denn wir haben alle drei absoluten Luxus-Wirkstoffe, die es in den absoluten High-End-Kosmetiker gibt, integriert in einem Produkt. Und dadurch, dass Sie alle drei in einem haben, ist es natürlich so potenziert oder die potenzieren sich selbst. Das heißt, sie vermehren. Die Wirkung wird vermehrt. Und ich sage Ihnen eins. Die Wirkung, die Sie hier haben, das ist gerade so schön gesagt, Peter. Selbst wenn Sie jetzt sagen, okay, die Augencreme, bla bla bla, ich habe schon so viel. Nutzen Sie es wirklich als eine richtige Gesichtstherapie. Warum? Was macht das auf der Haut, Peter? Und ich sage, ich komme ja von 18 Jahren Chefvisagist von ST Lauda. Und ich glaube, jeder kennt weltweit dieses Haus. Und jeder kennt da am besten. Man liest es in der Vogue, Madame, in den großen Zeitschriften, was so ein Produkt kostet. Jetzt bin ich für Dr. Barbour weltweit unterwegs. Eine wunderbare Linie. Was ich Ihnen damit sagen will, ist, ich wollte eine Linie für Sie bringen. Ich bin nicht die Tausendste und die Elfenneunzigsten Wirkstoffe. Sondern, wo sich, und da musste ich ja, ich bin ja kein Arzt und Chemiker, muss ich wirklich mal Danke zu meinem Team sagen. Weil ich wollte was, was es so noch nicht gibt. Und zwar, was jede Frau und jeden Mann in jedem Alter perfektioniert. Ja. Wenn wir sagen, und ich zeige das nochmal ganz kurz hier, das Serum. Das Serum ist nicht nur einmal vom Äußerlichen, vom Packmittel, finde ich, ein Rolls-Royce im Bad. Sondern, was mir wichtig war, dass ich Ihnen beweisen darf, woher ich komme. Und zwar der schwarze Diamant. Wofür steht der? Nicht für Marketing. Sondern, wenn Sie sagen, meine Haut ist grau. Meine Haut ist müde geworden. Meine Haut zeigt leider an der Oberfläche diese Pigmentstörungen. Man nennt es in der Fachsprache Melasmen. Also diese Melaninschäden. Wenn Sie sagen, okay, die Haut ist so ein bisschen rau, großporig geworden. Dann ist der schwarze Diamant unerlässlich. Und Sie sehen es auch nochmal währenddessen. Ich spreche eine Probandin, die nicht von uns ausgesucht wurde. Sondern von dem Institut Dermatest. Das ist ein Labor, die uns getestet haben. Sie sehen erstmal die Wirkstoffweise von 55 Prozent. Hautverbesserung, Faltenreduktion, definierte, gestraffte Haut. Nach 28 Tagen. Und das ist ein Ergebnis, das uns einen Dermatest gegeben hat. Mit der Bewertung. Sehr gut. Und glauben Sie, man wird ja nicht gelobt, sondern oft zerrissen. Das ist auch gut so. Wir sind Paraben-frei, wir sind Silikon-frei. Jetzt sieht man es auch nochmal. Lieber Holger, das ist unser Producer. Der ist heute ganz, ganz schnell und super drauf. Weil das ist mir wichtig, Ihnen sofort zu zeigen. Paraben-frei, Mineralöl-frei, Silikonöl-frei, PEG-frei. Und es fehlt eines noch, tierversuchsfrei. Sehr gut. Weil das erwähne ich auch gern, weil ich da viele Zuschriften bekommen habe. Und schauen Sie mal bitte auf den Kosmetikmarkt. Eine Bewertung mit sehr gut. Und ich möchte nochmal ganz kurz diese Kombination sagen, was im Serum drinnen ist. Schwarzer Diamant für die Oberfläche. Perlaura ist für mich phänomenal. Die Aura steht für die thermoepidermalen Verbindungsglieder. Das bedeutet, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich habe da drin immer so Rötungen bekommen. Ich habe Äderchen, woher kommen die? Man sagt ja oft im Volksmund geplatzte Äderchen. Das gibt es gar nicht. Es gibt wenn, dann erweiterte Äderchen. Und wenn Sie mal wissen, wodurch das kommt. Die Äderchen waren vorher auch da. Nur diese Verbindungsglieder werden lasch. Und was schaut drunter durch? Die roten Äderchen. Jetzt schaffen wir durch die Perlaura diese Verbindungsglieder zu kitten. Die Haut wird fester, die wird straffer. Und nicht genug. Der dritte Wirkstoff, Golden Collagenin 1, baut die Fibroblasten. Also das sind die Zellen, die ganz unten sind. Und die sagen, je älter ich werde, leider Gottes gebe ich den Geist auf. Was ist eine Falte? Eine Einbuchtung, weil die Fibroblasten keine Kraft mehr haben. Und die bauen wir, und das wird ja genannt, der Schlüsselkollagen 1. Die bauen wir von unten um 230 Prozent auf. Also Sie merken, für mich ist das Serum der Schlüssel ins Schloss für Black Diamond. Und eins kommt noch hinzu, und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Die hochmolekulare Hyaluronsäure. Nochmal ganz kurz im Serum sehen wir jetzt eine schöne Animation. Der schwarze Diamant ist drinnen. Black Diamond, so heißt da die komplette Linie. Golden Collagenin, das Schlüsselkollagen 1 für die Fibroblasten. Die Perlaura, das sind Luxus-Inhaltsstoffe vom Kosmetikmark. Für Lichtreflektionen, für weniger Falten, innerhalb von 28 Tagen um 55 Prozent. Und für mich als Make-up Artist, und wenn ich eine weitere und weitere Pflege kreiere, achte ich bei Ihnen immer auf eine Hautausstrahlung. Was ist die Hautausstrahlung? Das heißt, wenn die Bindegewebsglieder wieder glatter werden, fester werden, gewinnen wir eine Ausstrahlung. Peter, wir müssen eins sagen, denn die 24-Stunden-Creme ist diesmal leider nicht mit dabei. Die Produktionen dauern natürlich auch lange. Wir haben uns jetzt extra auch nochmal auf das Serum für Sie versteift. Testen Sie es aus. Die Sonntagssendung, es gibt keine Sonntagssendung mit dir, Peter. Das ist dein letzter Tag, es ist schon alles abgesagt. Wir haben unter 4.000 Möglichkeiten. Und das Schöne ist, was ich vorhin gesagt habe. Probieren Sie es auch aus, auch wenn Sie mit einer anderen Linie schon glücklich geworden sind. Das ist ja alles legitim. Aber es kommt oft so eine Phase, und ich finde, das ist immer so ein Umschwung. Hormonell bedingt, oder auch die Jahreszeiten wechseln. Auf einmal hast du das Gefühl, du hast deine Haut nicht mehr im Griff, Peter. Das ist sehr richtig. Obwohl du eigentlich nichts verändert hast, aber auf einmal spielt die Haut verrückt. Das ist der Zeitpunkt, in dem Sie unbedingt Black Diamond ausprobieren müssen. Denn Sie haben gerade auch gesehen, es ist die reinste Variante, wirklich Luxus-Wirkstoffe zu verbinden, die aber auch Studien wirtschaftlich auch bestätigt haben, dass es funktioniert. Und Peter, was ich ganz wichtig finde, das hast du gerade auch nochmal gesagt, ist, diese Kombination dieser drei Wirkstoffe. Das ist das, was diese Wirkung so schnell und so effektiv auch macht. Wenn ein Wirkstoff alleine wäre, dann hätte man nicht sofort diesen Wow-Effekt, aber alle drei in Kombination, das knallt dann richtig rein. Und ich sage ganz bewusst, Serum ist ja immer der Schlüssel zum Erfolg. Weil allein von der Viskosität, also von der Geschmeidigkeit eines Serums, das muss sofort, und Sie sehen es bei der Alana, ich creme das gerade und massiere das Ganze ein bisschen ein. Was schaffen wir sofort mit dem schwarzen Diamanten, die Oberfläche zu perfektionieren? Was heißt Oberfläche perfektionieren? Diese ganzen Melasmen, die dunklen Stellen, Unebenheiten, einfach das, was uns an der Oberfläche stört, nehmen wir raus. Alana, du darfst nochmal zu mir zurück. Und dann machen wir eines, wir regen natürlich auch die dermoepidermalen Zwischenglieder, also das Bindegewebe, regen wir an durch die Perlaura. Wir schaffen natürlich in dem Bereich eine Hautfestigung, eine Hautausstrahlung um 42 Prozent. Und wenn Sie jetzt sagen, okay, hier unten war meine Haut, hier, mal vor Jahren ein bisschen fester, ich merke, Nasolabialfalte, Zornesfalte, hier die Konturleisten, sind nimmer so straff und fest. Dann probieren Sie Serum mal, warum? Weil hier unten, das soll immer schön fest sein, der Übergang zum großen Dekolleté. Und welcher Inhaltsstoff könnte nicht besser sein? Das Schlüsselkollagen 1. Und wissen Sie, ich kann ein Haus zwar vom Dach her reparieren, aber ich brauche den Keller dazu, dass die Stütze da ist. Und das ist für mich als Profi ganz, ganz wichtig. Ich könnte Ihnen immer eine Effektkosmetik darstellen im Teleshopping, wo Sie sofort sagen, wow, das ist aber toll, das brauche ich. Sie tragen es auf, flüchtige Silikone und nach einer Stunde bricht die Haut in sich zusammen. Effekt, wo ich herkomme, wo ich bleiben will, wo ich Sie faszinieren will, ist Wirkstoffkosmetik. Und wir reden hier nicht von einem Wirkstoff bla bla bla, sondern Sie wissen, ich will Sie begeistern seit drei Jahren. Und da bin ich ja stolz drauf. Und darum habe ich ja so eine bezauerte Fangruppe, weil ich Ihnen Luxus zu so einem kleinen Preis darstellen will. Und ich traue mir eigentlich gar nicht vom Serum den Preis sagen. Sie haben es selber gesehen. 24,99. Das ist eigentlich für Leute, die mich kennen, auch in der Branche, die sagen, Peter, das ist unmöglich. Normalerweise, wenn da ein Einser davor stehen würde, 124, wäre es für den Rolls Royce immer noch ein Kinderspiel. Peter, ganz kurz, du bist wirklich die Brücke in diese Luxuswelt, das muss man echt so sagen. Und was ich wirklich sehr schön finde, ist wirklich, du hast es gerade auch gesagt, seit so vielen Jahren bei Esti Lauda. Das heißt, du hast wirklich so die Quintessenz der großen Marken uns mitgebracht. Und das Schöne ist, dass ein riesen Ärzte und Wissenschaftlerteam hinter dem Peter Schmiedinger steht und dass ihr gemeinsam an dieser Linie gearbeitet habt. Und das ist der Grund, warum wir wirklich sagen dürfen, du hast gerade natürlich die dermatologischen Tests schon angesprochen, ja. Nicht jedes Produkt schneidet mit einem sehr gut ab und zwar mit so einer Selbstverständlichkeit. Danke, dass du das noch mehr erwähnst. Ja, Sie wissen, dass da ganz, ganz viel dahinter steht. Grundsätzlich Kosmetik im deutschen Homeshopping ist nicht so simpel, sondern Sie merken auch, da wird so oft geprüft und getestet. Sie setzen sich hier wirklich ganz klar oder Sie satteln ein sicheres Pferd. Schauen wir uns ganz kurz die Ergebnisse nochmal an, Peter. Und Sie sehen es nochmal, was eine Probandin war, die sich zur Verfügung gestellt hat für Dermatests. Und was Sie, glaube ich, sofort sehen ist, diese Rötung ist weg, diese dunkleren Augenstellen sind weg. Die Frau ist Frau geblieben, aber ihr Hautbild sieht doch aus wie nach einem Urlaub. Die Nasolabialfalte, also das ist die, was von der Nase zum Mund runter geht. Die Glabellafalte um den Mund hat sich verbessert. Warum? Oberfläche sorgt der schwarze Diamant dafür. Perlaura, das Verbindungsglied in der Haut. Und für langfristige Schönheit und Jugend sorgt Koloidales Gold. Und als Tipp möchte ich nochmal ganz kurz sagen, für die Damen und Herren, die sagen, ich habe eine entzündliche Haut, ich habe eine Eczem-Haut, ich habe eine Agne-Haut, dann sage ich, probieren Sie es bitte dann umso mehr aus. Warum? Weil Koloidales Gold. Aus dem Mittelalter durften die reichen Menschen aus Goldbechern trinken, weil es antibakteriell war. Es gab kein Antibiotikum, darum haben die reichen Menschen aus Silbertellern Goldbechern getrunken. Gold fährt ihre Haut runter, nimmt die Sensibilisierung raus, nimmt die Keime raus, ist antibakteriell. Also ideal für eine Frau, für einen Mann, der sagt, ich vertrage eigentlich das Hundertste nicht. Ja, also probieren Sie es wirklich ab. Gerade diese Reinheit finde ich Peter auch so schön. Und der Peter und ich haben ja auch oft die Möglichkeit uns zu unterhalten, dass ich bei dem Peter einfach total süß finde, ist, dass er wirklich sagt, Arina Schau, mir war es wichtig, diesen Luxus, den wir kennen, den wir aus der Werbung kennen, aus den Hochglanzmagazinen bekommen. Peter, die richtige Herausforderung war ja für dich, dass du das zu solchen Preisen im Homeshopping überhaupt anbieten kannst. Das kannte ich natürlich auch nicht. Ich habe ja vor drei Jahren das tolle Angebot von HSE bekommen. Herr Schmidinger, würden Sie zu uns kommen? Und für mich waren die Preise eigentlich unsagbar. So ein Serum, so ein Serum für 25 Euro ist eigentlich utopisch. Wo ich herkomme, kostet eine Creme 400, 450 Euro. Ist zwar viel, aber eine Wirkung will ich immer. Und ich spreche immer von Wirkstoffkosmetik. Und ich habe so ein starkes Team hinter mir. An der Stelle einmal ganz toll, weil ich bin ja nicht der Leichteste. Ich will für Sie immer das Maximale erreichen, wie zum Beispiel in der Reinigung die gleichen Potenz von Wirkstoffen zu schaffen. Ist eigentlich unmöglich im Serum. Ja. Nochmal, wir haben gar nicht die Zeit, ein hochmolekulares Hyaluron ist auch noch drin im Serum. Und wissen Sie warum? Was ein ganz simpler Trick ist. Sie transpirieren. Das ist ein Schutz für die Haut. Wir senden von innen nach außen Feuchtigkeit. Was macht die hochmolekulare Hyaluronsäure? Die sagt, unten senden Sie Feuchtigkeit nach oben, die verdampft nicht, die verpufft nicht. Sondern hier setzt die hochmolekulare Hyaluronsäure und sagt, du bleibst in mir. Ich bilde einen Schutzfilm über der Haut. Und das ist für mich ein Serum, drei Wirkstoffe, hochmolekulare Hyaluronsäure plus eine Rotalge. Und das darf ich auch noch ganz kurz sagen, Sie merken die Begeisterung. Was sorgt die Rotalge? Wer sich ein bisschen in der Kosmetik auskennt, ist die Rotalge ein natürlicher Lichtschutzfaktor. Und das finde ich, der Regenschirm spannt sich auf. Wir halten die Feuchtigkeit in der Haut. Wir schaffen die Verbindungsglieder. Wir gehen in die Tiefe der Fibroblasten, bauen von unten nach oben auf und schützen die Haut von oben. Mehr können Sie auch nicht machen. Und den Preis will ich gar nicht mehr einblenden. Wer jetzt nicht mit dabei ist für 24,99 Euro. Das Produkt wird bleiben. Peter, ganz kurz. 24,99 Euro. Hast du gerade gesehen, wie viele Neukunden heute dabei sind? Du warst so beschäftigt. Ach schön, ich sehe das nicht. Über 100 Neukunden nur allein in dieser einen einzigen Stunde. Und für alle Neukunden an dieser Stelle ganz wichtig. Das freut mich. Wir haben einen 10-Euro-Gutschein ab 40 Euro. Den zeige ich Ihnen gerne. Den gibt es auf unserer Homepage, wenn Sie also auch online bestellen wollen. Und wir werden später auch noch mal andere Produkte zeigen. Natürlich. Sie kommen mit Sicherheit auf Ihre 40 Euro, damit Sie, wo haben wir das? Da, diese 10 Euro natürlich auch einlösen können. Ich muss eins sagen, Peter, ganz ehrlich, was für mich interessant ist. Wir sehen alle unterschiedlich aus, aber unsere Haut ist gleich aufgebaut. Die Hautstruktur, ich sage mal, unsere Haut tickt einfach gleich. Aber das ist so schön, dass Arina das noch mal erklärt. Ich habe eine Kosmetikausbildung, war im Ausland und, und, und. Und du erwähnst es, aber das unterschätzt man. Die Haut ist gleich strukturiert. Eine Zelle braucht das Gleiche. Ein Bindegewebe braucht das Gleiche. Und ich sage, wenn wir Sport machen, wenn wir an unseren Körper denken, wenn wir Sauerstoff nur an die frische Natur gehen, ist das schon positiv für jede Zelle, jedes Alter. Und ich sage immer, wenn Sie dann mal in den Genuss einer Wirkstoffkosmetik kommen, wie dem Serum. Und wenn Sie sagen, ich habe meine Linie. Bleiben Sie bei Ihrer Linie. Ich will Sie gar nicht zu Black Diamond irgendwie überreden. Ich will nur mal, dass Sie einen Urlaub machen. Gehen Sie mit mir mal auf Reise in einem Beauty-Aussehen. Warum? Ich esse ja auch nicht jeden Tag das Gleiche. Ich ziehe ja auch nicht jeden Tag das gleiche Kleidungsstück an. Und das will ich Ihrer Haut einmal schenken. Neue Impulse, einen neuen Ausgleich. Und das ist das Black Diamond Serum. Super irritierte, empfindliche Haut. Sorgt kolloidales Gold. Also die kleinste Struktur von einer molekularen Struktur, wenn wir immer sprechen, sorgt für eine Beruhigung. Noch einmal ganz kurz die Perlaura. Die Aura einer Haut hängt davon zusammen, wenn das mal lasch geworden ist. Zornesfalte, Stirnfalten, hier ein bisschen so das Schlupflid, hier die Absätze, Nasolabial. Das Stützgewebe ist nicht mehr da. Wollen wir eines, dass durch die Perlaura die Festigkeit wieder passiert. Also wie gesagt, die Bindungsglieder, die Verbindungsglieder werden gestützt. Und nochmal, ein Schritt tiefer, das ist für mich der wichtigste. Ich will von unten aufbauen. Um 230 Prozent schaffen wir mit dem Serum die Fibroblasten anzuregen. Also für mich ein Highlight, ein Royce Royce. Ich sage das immer gerne im Vergleich. Für mich ein Luxusprodukt in der Pflege. Du sagst es. Und ich meine, man muss auch eines sagen, Sie kriegen ja 50 ml. Normalerweise kostet das 34,99 Euro. Und auch das ist ein Segen. Der Preis ist grandios gewesen. Wenn Sie es heute zum Wochenend-Spezial nicht schaffen sollten. Wenn sich unser Wochenend-Spezial ausverkauft. Und Sie noch ein bisschen überlegen. Ab morgen oder übermorgen kostet das Ganze wieder 35 Euro. Sie können es immer noch bestellen. Es verlässt nicht das Haus. Aber als Wochenend-Spezial ist es zeitlich einfach begrenzt. Dass wir sagen, so ein bisschen zum Schnuppern und Ausprobieren. Reduzieren wir nochmal um 10 Euro. Und das ist enorm viel für ein Serum in so einer Klasse vor allen Dingen. Man muss auch eines sagen, Sie sehen es auch mit den 5-Sterne-Bewertungen. Es ist, oder du weißt wie es ist. Der Mensch tendiert dazu immer erst zu fluchen und zu schimpfen. Und selten wird ein Lob geschrieben. Und wenn dann aber trotzdem ein Produkt, den in kürzester Zeit so viele 5-Sterne-Bewertungen bekommt. Dann wissen Sie, da sind so viele Kunden, die schon zugeschlagen haben. Die begeistert sind auf deiner Fankruppe. Sie können gerne auch mal gucken auf Facebook. Und das Schöne ist, du bist da ja wirklich 1 zu 1 bei dem Kunden mit dabei. Er kennt sie und er weiß, was sie wollen. Und das Schöne ist, er kennt ja sogar unsere Haut. Und das ist auch das Schöne, dass wir sagen, es ist wirklich ein Garant dafür. Wir schimpfen oft über unsere Haut. Die eine Pickelchen, die andere hat einfach nur unreine Haut oder eine faltige Haut. Letztendlich ist es jedes Mal von unserer Haut so ein SOS-Signal. Oder tu was, mach was. Das ist sehr schön, ein SOS-Signal. Und ich finde auch Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Also mir geht es oft so, wenn man Urlaub hat, ist die Haut einfach von Haus aus. Schöner, satter, fester, relaxter. Sie arbeiten mal am Stück 16 Stunden, 3 Tage, 4 Tage. Dann schaue ich morgens meine Haut an und denke mir, um Gottes Willen. Das ist aber alles in einem Jahr, was da immer passiert. Und deshalb sage ich auch, ich habe ja eine Haut, die immer mit Luxus behaftet wurde, aber Schwankungen drin hat. Und darum sage ich, ich gebe meine Ampulle, ich gebe meinen Serum mehr, ich gebe meine Maske mehr und, und, und. Und so entstand eigentlich der Hintergrund von Black Diamond. Ich habe zu meinen Dermatologen gesagt, ich hätte gern was für die Oberfläche, für die Zwischenbasis, die Verbindungsglieder. Wenn das, das, das. Sie wissen, was ich meine. Und ich will aber was, wo die Haut sich von unten erneuert und jünger wird. Das war natürlich eine große Herausforderung. Du sagst das, Arina, weil ich immer sage, wenn ich eine Linie kreiere, dann muss für eine Frau in einem unterschiedlichen Prozess, der von Januar bis Dezember stattfindet, alles befriedigt werden. Blühen sie auf. Blühen sie auf. Blühen sie auf. Und ganz kurz, Peter, wir können nochmal ein bisschen sparen. Und zwar die Versandkosten mit dem Produkt des Monats. Das größte Set wirklich an Clever und Lock an unseren, ähm, an unseren, äh, Abdeckungen. Und das Schöne ist, ich zeige Ihnen mal ganz kurz, wie es funktioniert. Egal, ob Sie Teller haben, Schüsseln haben, kleinere Dessertschälchen und Co. Sparen Sie sich irgendwelche Alufolien, Frischhaltefolien, denn Sie sehen diese Clever-Lock-Oberteil. Die setzen Sie einfach auf die Schüsseln drauf, die deckeln und versiegeln somit. Alles bleibt länger frisch, Aromen bleiben drin, die Feuchtigkeit bleibt drin, da entweicht nichts und Sie sehen selbst Flüssigkeiten. Und das Schöne ist wirklich auch, Sie sehen es ganz, ganz toll. Es ist die umweltschonendste Art und Weise wirklich zu verpacken und auf lange Sicht natürlich auch frisch zu halten. Wir machen eine kurze Programm-Vorschau, Sie bestellen und dann geht's weiter mit unserer Body-Cream. Bis gleich. Bis gleich. Sportlich elegant, mit allen aktuellen Farbthemen und Trends. Das ist die Mode von Couture Line. Erleben Sie die perfekten Styles für die extravagante, anspruchsvolle und moderne Frau, die sich gerne inspirieren lässt. Willkommen bei HIC24. Bei uns shoppen Sie ohne Risiko, jetzt mit einem Monat Rückgaberecht. Wir sind von der Qualität unserer Angebote zu 100% überzeugt und bieten Ihnen maximale Sicherheit beim Einkauf. Shop with us. Die Schlankstütz-Spagetti Leicht-Tops haben durch ihre Elastizität einen perfekten Sitz für jede Köpfchengröße. Diese Tops haben die Stützkraft und Sie können auf Polster und einen Bügel-BH verzichten. Elaphore. Die modischte Bequem-Schuhmarke bei HSE24 zeigt sich in seiner neuen Kollektion von Herbststimmung, Alpen und Zetischik inspiriert. Trendige und stilsichere Designs treffen hier auf Hightech-Materialien für den besonderen Tragekomfort. Elaphore – Schuhkomfort wie maßgeschneidert bei HSE24 In Christels Schlankstützberatung finden Sie modische Miederfunktionswäsche, die sich wie eine zweite Haut trägt. Sie zaubert eine feminine Silhouette mit Wohlfühlfaktor und unterstützt unsichtbar Ihre weiblichen Vorzüge. Das perfekte Drunter für die neuesten Fashion-Inspirationen. Fiora Blue steht für lässige Kombimode und einen gepflegten Casual-Look in hochwertiger Verarbeitung. Mit Liebe zum Detail. Diese Kollektion mit stilvoller Mode ist für Frauen, die wissen, was sie wollen. Fashion-Inspirationen – Mode von Fiora Blue bei HSE24 Ja, und ich sage Ihnen, schauen Sie mal, wenn es wirklich ein Podest geben würde, dann gehört ganz klar unsere Bodycreme drauf. Und es ist nicht eine ganz normale Creme oder Lotion, sondern wir reden über Shape & Firm. Und das ist wirklich Programm, denn sonst wird sich sowas auch gar nicht so nennen dürfen. Denn das, was vorne drauf steckt, muss zu 100 Prozent auch drin sein. Jetzt kriegen Sie, Sie können es wahrscheinlich aus der Kleine gar nicht richtig lesen, aber Sie kriegen 400 ml zu einem satten Preis von 29,99 Euro. Ich habe sie zu Hause, ich liebe sie, ich liebe diesen Duft schon alleine. Ich habe meine Creme seit April, im April hast du sie mir mitgegeben. Ich benutze sie wirklich seit April täglich zweimal. Ich habe letztens herausgefunden, dass mein Freund sie heimlich auch immer wieder stibitzt und benutzt hat. Weil sie grandios ist. Aber was grandios ist, ist wirklich, Peter, die Wirkung, die da drin steckt. Das ist irre. Und ich sage ganz bewusst, ich war jetzt vor kurzem im Urlaub, zehn Tage Sonne genossen und ich habe die Creme mit eingepackt. Wissen Sie, was das Phänomenale ist? Ich will immer was und ich sage es immer wieder in jeder Sendung, Wirkstoffe. Und egal wie ein Körper beschaffen ist, Sie haben ein Bindegewebe und bei den meisten Frauen ist ein Problemchen, was ich sage, ist die Zellulite. Und ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich habe mit einem Ärzteteam zusammengesessen. Ich wollte wissen, was ist eine Zellulite? Und eine Zellulite, das nennt sich die Adipozyten. Das sind die Zellen, Sie sehen jetzt hier eine Einblendung von einem Po, von einem Hintern. Der Anschnitt zum Oberschenkel runter. Und Sie sehen unbehandelt die Dellen. Und ich sage bewusst Dellen, weil ich wissen wollte und nach 56 Tagen sehen Sie den Po dieser Probandin. Und ich finde das ganz ehrlich schon ein phänomenales Ergebnis. Ich finde sowas auch nicht schlimm. Weil ganz ehrlich, ich habe zu meinen Ärzten gesagt, warum haben das eigentlich nur immer Frauen? Dann haben mich die Ärzte aufgeklärt, das ist nicht wahr. Also diese Adipozyten, diese Fettansammlungen haben die Männer genauso nur im Bauchraum. Das muss man wissen. Der Bauch spannt sich nach vorne, dort sind diese Adipozyten beim Mann. Jetzt lesen Sie Inhaltsstoffe. Einen erkläre ich gleich dem Body-Hoch-3-Komplex. Eine phänomenale Wirkkraft und zwar Linolsäure, Keratine und Proteine, die Folgendes schaffen. Natürlich haben wir hochwertigste Kaschmir-Strukturen drin. Mandelöl, Arganöl, Avocadoöl. Aber jetzt lesen Sie es. Und das flasht mich. Die Lipolyse wird um 256 Prozent angeregt. Was bedeutet das? Ich greife in die Zelle ein. Und zwar genau die Zelle, die wir nach außen sehen. Und zwar die angesammelten Adipozyten. Also nochmal, die Zelle saugt sich mit Fett voll. Hört sich ein bisschen brutal an. Aber Sie merken das, wenn der Po dann hier so dicht geht raus, geht rein, geht raus, geht rein. Was da immer passiert ist, dass diese Bewegung, diese Delle sehen Sie. Und das ist eine Lipolyse, die wir anregen um 256 Prozent. Zu sagen, löst dich mal. Entschlag dich mal. Gib mal ein bisschen von diesen angehäuften Fettzellen ab. Und ich war im Urlaub und muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja auch keine 30, 40 mehr. Ich habe die Creme dabei gehabt. Und ich muss immer von was wieder überzeugt sein. Ich habe die Creme aufgetragen. Ich war in der Sonne. Ich liebe die Sonne. Zwar mit Lichtschutzfaktor, ganz klar. Aber ich habe gemerkt, wie der Körper sich verändert. Und zwar Shape and Firming. Shape bedeutet, die Hautstruktur ist nicht mehr wie von einem jungen Körper. Ich merke das auch. Es ist zwar alles nur schlank und alles nur ganz okay. Aber ich merke, wie durch eine Körpercreme sich eine Haut verbessern kann. Und gerade die Sonne, Lichtschutzfaktor zwar drauf, aber die Sonne durch den Epidermalen, also durchs Transpirieren, senden wir Feuchtigkeit raus. UV, Licht, Sonne nimmt uns die Feuchtigkeit. Und jeder kennt es. Wir gehen am Abend ins Hotelzimmer und fühlen uns so komplett. Jetzt brauche ich was. Ich muss cremen. Und ich sage ganz bewusst, two in one. Wir schaffen eine Zellulite um 38 Prozent zu reduzieren. Wir schaffen die Lipolyse anzuregen. Wir schaffen Shape and Firming. Ein Produkt für Mann und Frau, unabhängig vom Alter. Und ich sage ganz bewusst, ich liebe es. Sie werden bei mir immer eine Körpercreme in Zukunft im Spender sehen. Ich finde nichts Schlimmeres wie diese Pottiche, wo ich da reingreife, die Menge in der Hand habe. Sie pumpen hygienisch, cremen ihren Körper ein, linkes Bein, rechtes Bein. Und ich finde das immer, an sowas denke ich immer. Ich mag nicht diese riesen Eimer. Ich finde das unedel unschön. Ja, und das Schöne ist ja wirklich 400 ml. Sie kommen so lange damit aus. Der Preis ist grandios und es ist die einzige Bodycreme von dir. Und deswegen ganz wichtig, stürzen Sie sich drauf. Das ist ganz, ganz selten bei uns. So, und jetzt kommen wir zum letzten Produkt auch schon der Stunde. Es ist mein Liebling der Stunde. Endlich, 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 Peter. Ich habe mich so gefreut, als ich die Pinsel zum ersten Mal in der Hand hatte. Es ist wirklich ganz klar ein Statussymbol unter allen Leuten, die wirklich als Visagisten und Co arbeiten. Es ist unser Favorit seit gestern. Und ich weiß, dass die Diskussionen gerade auch auf deiner Facebook-Gruppe losgehen. Und dass sich die ersten schon geschrieben haben, ich freue mich schon so drauf, wenn ich sie endlich ausprobieren kann. Das Neueste in Sachen wirklich Pinsel, in Sachen Werkzeug und wirklich nicht nur auf die Dekorative begrenzt, sondern auch gerade die Pflegende. Wir leben in einer HD-Welt mittlerweile. Sehr gut. Wir senden HD, wir fotografieren HD. High Definition heißt ganz, ganz gestochen scharf. Wir sehen jede Pore. Und das Wichtige ist natürlich, Sie brauchen Werkzeug, das genau das auch unterstützt. Und wir dürfen gleich direkt zu den Models gehen, Peter. Da kannst du uns ganz kurz auch noch mal zeigen. Es sind nämlich alle drei Größen dabei. Es ist ein Concealer-Pinsel, es ist ein Rouge-Pinsel und es ist ein Make-up-Pinsel für Sie. Und ich sage mal ganz bewusst, wir haben ja eine Doppelstunde. Wenn Sie Lust und Zeit haben, bleiben Sie bitte dabei. Unbedingt. Ich zeige nachher mit dem Pinsel einmal, wie man Make-up aufträgt, wie man Puder aufträgt, wie man Concealer aufträgt. Ich sage mal, wenn Sie diesen Pinsel mal mit dabei haben in der Handtasche, dann werden Sie Folgendes feststellen. Und wir sehen es jetzt gleich noch mal im Bild. Der ist flexibel. Sie haben den in der Handtasche dabei, Sie haben morgens geschminkt, Sie haben morgens gepflegt, Sie haben morgens ein bisschen Puder aufgetragen. Jetzt stellen Sie mittags fest, die Haut sieht nicht mehr so frisch, nicht mehr so perfekt aus. Ziehen Sie einmal den Pinsel bitte aus der Tasche raus. Nehmen Sie keinen zuzüglichen Puder, kein Kleenex, kein Wattepad, sondern Sie arbeiten mit dieser Taclon Nylonfaser nochmal über Ihre Haut drüber. Und das ist für mich so ein Effekt, wo ich sage, du hast es angesprochen, Arina, diese mikronisierte Perfektion in der Haut. Also wo ich als Make-up Artist immer ganz stark darauf achte, dass man hier in dem Bereich nichts sieht. Nichts an Make-up, nichts an Puder. Um Gottes Willen bitte auch nichts unterm Auge. Weil wenn da zu viel drunter ist, darum gehe ich da immer gern, Alana, Dankeschön, gehe ich immer gern mit dem Pinsel unterm Auge. Und Sie merken, das ist ein Pinsel, der spart uns Material. Und zwar, warum spart uns der Material? Die Taclon Nylonfaser ist ganz eng gebunden. Und jeder kennt es, wenn Sie mal so einen Beautyblender, so einen Schwamm, so ein Ei, gibt es doch oft. Die kosten 19 Euro. Einen Schwamm finde ich schon ein bisschen extrem. Viel schlimmer finde ich, der Schwamm saugt 70 Prozent an Material auf. Jetzt haben Sie ein Make-up, das kostet 60 Euro. Ist so. Ein Make-up oft im herkömmlichen Sinne in der Parfümerie kostet 60 Euro. 70 Prozent gehen im Schwamm verloren. Probieren Sie mal die Taclon Nylonfaser. Die Oberfläche lässt das Produkt nicht rein, im Pinsel rein sacken, sondern gibt alles an Ihre Haut. Und ich sage es nochmal, mikroskopisch ab. Bei den Rest bürste ich von innen nach außen, von innen nach außen. Es entsteht kein Rand. Wir können mit so einem Produkt flexibel arbeiten. Sie sehen, ich gebe meinen Finger da drauf. Ich komme in die Nasolabialfalte. Ich komme unter die Nase. Alana, thank you. Ich komme unter dem Bereich. Und das ist für mich so ein wunderschönes Produkt. Und ich bin, und da bin ich stolz drauf, der Erste im Teleshopping, der diese Art vom Pinsel präsentieren darf. Und ich will immer so ein bisschen Neuigkeiten für Sie geben, wo wir sparen. Erster Punkt, wo wir sauberer arbeiten. Zweiter Punkt und letzter und wichtiger Punkt, wo wir antibakteriell arbeiten. Ganz, ganz wichtiges Thema. Echthaar. Schnappt sich die Bakterien, wenn Sie einen Echthaarpinsel haben? Mal Hand aufs Herz. Welche Dame wäscht nach jeder Anwendung den Echthaarpinsel? Brauchen Sie nicht mehr Spüle, Kernseife, was Sie gerade zu Hause haben? Ausreinigen. Trocknet viel schneller, weil es kein Echthaar ist, sondern ein synthetisch nachempfundenes Echthaar. Also für mich ein wunderbares Produkt und ich höre es auch schon wieder, Sie sind begeistert. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, weil das ist für mich etwas, wo ich sage, ganz, ganz entscheidend, weniger ist mehr in Sachen Haut. Ich sage immer, wenn die Haut perfekt aussieht, wenn die Haut ungeschminkt aussieht, ist man das da. Peter, wir haben gleich noch mal eine Stunde, da wird es ganz andere Produkte geben. Da haben wir dekorative Kosmetik für Sie dabei. Wenn wir die Pinsel zeigen, dann ist es gleich zum allerletzten Mal unter 1000 Möglichkeiten. Das heißt, sichern Sie sich das Ganze super schön, auch gerade weil es in der Geschenkverpackung auch zu Ihnen nach Hause kommt. Das ist wie ein Schmuckstück, ja. Sichern Sie sich das Ganze, es wäre echt schade drum. Denn das Schöne ist ja wirklich Puder, Make-up, Gesichtspflege, Gesichtsmaske, Gesichtsreinigung. Alle Produkte, die Sie zu Hause haben, können Sie auf eine ganz andere Dimension anwenden, weil Sie einfach viel sparsamer und viel gezielter auch auf der Haut anwenden können. Und nur ganz kurz, die letzte Minute für dieses Produkt ist, Sie sehen es, das ist genau das, das bleibt flexibel. Ich kann mit Druck an die Haut gehen. Ich kann wirklich schön das, egal was Sie machen, ob Puder, ob ein Make-up, ob ein Concealer, ob eine Pflege, kann ich super einarbeiten. Und das ist für mich als Profi immer so wichtig, eine schöne Haut zu kreieren, eine dünne Haut zu kreieren und trotzdem eine perfekte Haut. Drei schöne Pinsel mehr brauchen wir erst einmal nicht für eine antibakterielle Haut und für eine ungeschminkte Haut. Und für 34,99 Euro. Also stürzen Sie sich drauf, Sie werden es sowieso lieben, ja. Und ich meine deine Zaubercreme zum Beispiel, Strahlkraftbooster, alles was Sie von dem Peter kennen, es war alles schon perfekt, aber Sie können es dann noch zarter und noch leichter natürlich auftragen. Es hält also alles noch länger. Wir haben volle Leitungen, aber wir haben diese Pinsel nur noch knapp 1000 Mal dabei. Versand kostenfrei mit dem Produkt des Monats, haben wir vorhin auch schon mal gezeigt. Also Sie merken schon, es macht einfach auch Sinn für 34,99 Euro. Ich meine, pro Pinsel 11,50 Euro. Ja, und vor allem für die Qualität, das ist mir so wichtig. Natürlich gibt es Pinsel, aber ich als Profi, und Sie wissen es, ich liebe Luxus, ich liebe besondere Produkte. Und das möchte ich Ihnen schenken und ich sage nochmal, der Preis, wenn man über so einen Preis redet, gerade weil du es nochmal angesprochen hast, das sind keine Preise. Das ist, wo ich sage, ich will Ihnen im Teleshopping Luxus. Wir müssen uns verabschieden. Wir sehen Sie gleich wieder. Bleiben Sie dran. Dekorativ geht es bei uns weiter. Bis gleich. Tschüss. 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 Tschüss.